Echt, der eine kommt, oder? Oder auch nicht? Kannst du den Namen aussprechen? Ritsch-Walski-Pferd Ritsch-Walski-Pferd, denke ich mal, das ist so heiß Ritsch-Walski-Pferd, zählt zu den Standformen unserer Hauptpferde Die letzten Wildpferde Ritsch-Walski-Pferd ist bei diesen Tieren um eine der drei Ur-Wildpferdearten Die nach ihrem Entdecker Ritsch-Walski-Pferd benannt wurden Ich habe aber das Ding fotografiert Guck mal, ein Fohlen, süß! Oh, ist das niedlich! Ist das niedlich! Ich liebe Pferde! Ritsch-Walski-Pferd Guck mal her! Ignorier uns! Genau! Ignorier uns mal schön, ne? Das ist typisch Pferd! Guck mal her, du Wildhotter! Genau, mach weg! Warte mal! Das weiß, der ist klein! Jetzt kommen die anderen auch alle, bewegt sich Guck mal her! 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 Ach, hier ist Wasser! das ist ja cool als ob wir Luft wären, ne? fühlt es sich auch gerade wie Luft? hey oh mein Gott, ich habe es angefasst ich habe ein Wildpferd gestreichelt mein Leben ist erfüllt ich habe ein Wildpferd gestreichelt ja, ich habe dich angefasst